Mit dem ersten Gerät, die Wertung, waren wir kurz eingeblendet. Die Sportgymnastik ist eine Sportart, die sich im Aufwind befindet. Kurzzeitig sogar sehr interessant war, als die besten Bulgarinnen, die noch dabei waren, Bianca Panova und Adriana Winawska. Mittlerweile ist allerdings die Dominanz der Namen an dieser Person in der Zukunft begrüßt geworden, allen vor allem Alexander Kronoschenko und Alexander Kronoschenko. Der Rest versucht, wenigstens ein bisschen den Anschluss zu halten. Musik Da ist bei ihr die Konzentration auf die Bewältigung der Schwierigkeiten sehr, sehr sehr, sehr, sehr.